Hallo, dieses ist der dritte und letzte Teil einer kleinen Videoserie, wo es um die Vorfilterkartuschen vom Aquamichel Mini geht. In diesem Teil geht es speziell um die Sedimentfilter. Ich bin Michael Scholze von der Firma Aquamichel LTD & Co. KG und betreibe den Blog www.lebendiges-trinkwasser.de, wo ihr viele umfassende Infos rund um gesundes Wasser und Wasserfilter findet. Unter anderem gibt es da auch ausführliche Infos zu dieser Osmoseanlage Aquamichel Mini, die eine Weiterentwicklung meiner ersten Osmoseanlage, dem Minimus, ist, die viele Verbesserungen bekommen hat und die man vor allen Dingen, das ist das Besondere daran, recht einfach auch selber nachbauen kann. Ja, wofür diese Vorfilter sind, diese Inlinefilter, so heißen sie, wie solche Inlinefilter grundsätzlich aufgebaut sind und was das Besondere an ihnen ist, was sind die Vor- und die Nachteile, die sie haben, das alles ist Bestandteil von Teil 1 dieser Videoserie, der auch hier unter dem Video verlinkt ist. Und der andere Part, der hier vorkommt, der in diesem Video nicht vorkommt, ich will es nur kurz sagen, das ist der Aktivkohle-Granulatfilter, dieser grüne hier. Um den geht es in Teil 2 und in diesem Teil 3 hier werden wir uns jetzt genauer mit dem Sedimentfilter auseinandersetzen. Der Sedimentfilter ist von der Funktion her etwas einfacher als der Aktivkohlefilter, weil er einfach nur die Aufgabe hat, grobe Schwebstoffe zurückzuhalten. Also im Grunde nichts anderes als so etwas wie ein feines Sieb zu sein, das Kalkkrümmelchen, Rostkrümmel und was so in der Wasserleitung ankommen kann, aufhängt und verhindert, dass dieses an der Membran langkratzt und die Membran so vielleicht beschädigen kann. Ich habe mir von diesen Sedimentfiltern eine ganze Reihe angeschaut, getestet und auch zerlegt, aufgesägt und zerlegt und geschaut, wie die von innen aussehen. Und die Ergebnisse möchte ich jetzt in diesem Video mal vorstellen. Hier gibt es mal einen kleinen Einblick, eine ganze Reihe von Kartuschen, die ich getestet habe und einige davon habe ich hier auch in aufgesägter Form vorliegen, so dass ich jetzt die Innereien mal zeigen kann. Vielleicht zuerst mal diese Kartusche von Waterpro, diesen IN-CNS. Das ist ein Sedimentfilter mit sehr gutem Preis- und Leistungsverhältnis, der deswegen auch im Aqua Michel Mini bevorzugt eingesetzt wird. Leider nicht immer verfügbar ist. Jetzt in der Corona-Virus-Krise hat sich das gezeigt, dass genau diese Kartusche gerade nicht verfügbar ist. Da müssen wir dann auf andere ausweichen. In Zukunft werden wir aber wieder bevorzugt diese Kartusche verwenden, wenn sie wieder lieferbar ist beim Großhändler. Ja, wie sieht so eine Kartusche von innen aus? Ich habe die Einzelteile mal hier, ich habe gerade diesen IN-10S auch mal zersägt und komplett zerlegt. Hier sieht man, dass die Sägekanten, ich habe hier sogar beide Kanten auseinander gesägt, weil der ging relativ schwer auseinander. Das eigentliche Filterelement im Inneren ist hier so ein Zylinder. Der ist jetzt hier etwas abgebrochen, weil ich habe den, das werde ich gleich zeigen, mit etwas Gewalt, dann von der Kunststoffkappe getrennt, die hier drauf ist, um einfach zum einen zu sehen, wie gut die verklebt sind und zum anderen natürlich auch, um zu sehen, wie ist das Ganze jetzt aufgebaut. Und das ist das Kernfilterelement, ein Zylinder. Das funktioniert grob so, dass dieser Zylinder hier in der Kartusche drin sitzt. Da, wo das Wasser einfließt, das ist der Außenbereich hier, wo es lang fließt. Das ist quasi das ungefilterte Wasser. Das muss dann durch dieses Gewebe, das ist so ein sehr feines Gewebe, so ein Kunststoffgewebe, da muss es durch und die Schwebstoffe, die bleiben dann hier außen oder im Gewebe hängen und innen drin ist dann das Wasser, was von den Schwebstoffen befreit ist. Das wird dann zum Ausgang gedrückt und hinausgeleitet. Deswegen haben solche Filter auch immer eine Fließrichtung, die hier durch so einen Pfeil zum Beispiel gekennzeichnet ist. Gibt es auf jeder Filterkartusche in irgendeiner Form so einen Pfeil und das ist wichtig, dass man die auch beachtet, die Fließrichtung, dass das Wasser wirklich hier von außen nach innen gedrückt wird. Das ist filtertechnisch was anderes, als wenn es von innen nach außen gedrückt wird. Also so hält er erstmal den Druck viel besser aus und hier oben hat er natürlich auch eine viel größere Fläche, wo sich Schwebstoffe setzen können als innen drin. Da ist ja eine kleinere Fläche, der wäre dann auch viel schneller zugesetzt, wenn man es falsch herum verwenden würde. So, jetzt ist das Ganze so hier am Ende. Hier kann man sehen, hier ist eine Klebefläche und auf der Klebefläche war ursprünglich diese Kappe so drauf und die ist hier auch sehr sauber und vollflächig verklebt auf diesem Sedimentfilter. So, dass hier auch kein Wasser an der Klebefläche vorbei schon ins Innere sickern kann. Was man jetzt hier sieht, das ist leider beim Sägen passiert, das sieht nicht original so aus. Ich habe da halt versehentlich ein bisschen mit reingesägt, das war nicht so einfach genau an der richtigen Stelle mit der Säge dann aufzuhören. Ja, das ist die Kappe, die so auf der Eingangsseite sitzt. Die hat hier so, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, so kleine Abstandhalter dran. Die sorgen dafür, dass die relativ mittig dann im Filtergehäuse sitzt und zwischen diesen Abstandhaltern kann das Wasser vorbeifließen hier in den Außenbereich des Filters. Und jetzt muss man natürlich noch sicherstellen, dass es hier unten auch gut abgeschlossen ist. Da sitzt eine andere Kappe drauf. Das ist jetzt hier grob abgebrochen. Das habe ich gemacht beim Zerlegen, weil ich einfach wissen wollte, wie gut ist das hier angeklebt und es ist tatsächlich sehr gut geklebt, dass es sich nicht einfach hier rausreißt, sondern es reißt wirklich dieses Gewebe durch und nicht die Klebestelle, so dass man davon ausgehen kann, dass es hier auch tatsächlich eine sehr gute Verbindung ist. Und in der Mitte hier sieht man dann dieses kleine Gitter, da kommt das vorgefilterte Wasser raus. Und diese ganze Kunststoffkappe, die sitzt sehr stramm in diesem Rohr drin und ist dadurch auch hier nach außen hin halbwegs abgedichtet. Das ist keine perfekte Abdichtung, aber grobe Schwebstoffe kommen da nicht so gut dran vorbei. So, dass das für diesen Zweck auch ausreichend ist. Wir sehen gleich bei einer anderen Kartusche von Omnipur, da wird richtig mit Dichtung gearbeitet. Das ist hier nicht der Fall, aber für einen einfachen Sedimentfilter ist das ausreichend, wenn das stramm drin sitzt und gut gemacht ist. Ich zeige jetzt nochmal zwei andere Kartuschen, die wir auch gerne verwenden. Einmal ist das diese hier, die sieht aufgesägt so aus. Da ist ebenfalls so ein Filterkörper drin, genauso wie wir das gerade gesehen haben. Hier ist wieder ein Einsatz, der ist jetzt nicht so aufgeklebt, sondern der ist stramm eingesteckt. Das ist so ein Teil mit solchen Abstandhaltern wieder, wo wieder das Wasser nicht ins Innere rein kann, aber außen vorbei und von außen wird es ja dann durch den Leitungsdruck nach innen gedrückt und innen drin kommt es dann aus diesem Ausgang raus. Und hier ist so eine kleine Kappe wieder aufgeklebt, die etwas konisch ist, nach außen immer weiter wird und die dann auch wieder, das ist ja auch ein bisschen beschädigt worden, das ist beim Sägen passiert, die dann sehr stramm in diesem Rohr drin sitzt und es wieder abdichtet, dass es wenigstens für Schwebstoffe dicht ist. Das wird nicht 100% wasserdicht sein, aber kleine Krümelchen hält es zurück. So, etwas anders sind die Filter von Omnipur aufgebaut. Das sind solche Sedimentfilter, da habe ich zwei verschiedene von, einmal diesen K2505 und dann gibt es noch den CL10 PF5B, das ist diese. Die sehen fast gleich aus, ist auch dieselbe Filterfeinheit, hat genau die gleiche Funktionalität, die gleichen technischen Daten, nur ein etwas anderes Design, das ist eine etwas andere Baureihe, die von hier, hier kann man das erkennen, ist die Rundung an der Kappe ein bisschen anders als hier gestaltet. Das ist aber nur das äußere Erscheinungsbild, ansonsten sind die gleichwertig. Und im Inneren, das zeige ich auch mal kurz, da unterscheiden die sich etwas von den anderen beiden, die wir gerade gesehen haben. Also, einmal gibt es natürlich wieder hier diesen Filterkörper, wie gehabt. Oben ist auch eine Kappe drauf, wieder mit kleinen Abstandhaltern, so dass hier an der Seite das Wasser erstmal vorbei kann. Dann drückt es sich hier senkrecht durch. Und hier ist auch eine Kappe drauf und die hat jetzt ein kleines Auslaufrohr, welches sogar zwei kleine Dichtungen hat. Und hier im Inneren, ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera so gut erkennen kann, da gibt es ganz am Ende einen kleinen Rohrstutzen, wo dieses Stück mit den Dichtungen genau reinpasst. Das ist noch einen Tick besser gemacht als bei den anderen beiden Kartuschen, weil das jetzt sogar wirklich wasserdicht ist und einfach noch eine größere Dichtigkeit hat, als wenn man einfach eine stramm sitzende Kunststoffkappe in das Rohr schiebt, was einfach stramm anliegt. Das hat aber auch seinen Preis, weil so eine Kartusche, die kostet ungefähr das Doppelte wie die anderen. Und ich sage mal so, für zwingend nötig halte ich das jetzt nicht, dass das so perfekt abgedichtet ist, weil es geht wirklich darum, grobe Schwebstoffe von der Membran zurückzuhalten. Und das leisten die beiden anderen in diesem Falle auch. Bei diesen Kartuschen vom Typ K2505BB ist mir aufgefallen, dass die Filterelemente zumindest in der Serie, die wir jetzt hier gerade haben, etwas feiner ausgefallen sind. Das hat den Vorteil, dass sie natürlich noch etwas gründlicher die Schwebstoffe rausfiltern und etwas feinere Schwebstoffe auch zurückhalten. Hat aber auch den Nebeneffekt, dass sie etwas langsamer filtern, was sich auch darin zeigt, dass der Aqua Michel Mini einen kleinen Tick langsamer filtert mit diesen Kartuschen. Ich hatte aber auch schon Muster von Lieferanten bekommen, die dann in der Filtergeschwindigkeit wieder vergleichbar waren, wie diese Kartuschen, die wir sonst im Aqua Michel Mini verwenden. Scheint also auch ein bisschen serienabhängig zu sein, wie die gerade ausfallen. Unter diesem Video gibt es eine Reihe von Links zu den ganzen Themen, die ich in diesem Video angesprochen habe, wo es ausführlichere und noch weitergehende Infos gibt. Ich habe auch auf meiner Webseite einen Bereich, wo ich diese ganzen Filterkartuschen zeige und auf deren Besonderheiten eingehe, wo eigentlich alle Kartuschen, die ich bis jetzt ausfindig gemacht habe, aufgelistet sind, die ich für den Aqua Michel Mini empfehlen würde, die dafür gut geeignet sind. Auch diese Webseite ist hier unter dem Video verlinkt. Ebenfalls gibt es natürlich einen Link zu Teil 2 von dieser Videoserie, wo es um die Aktivkohlefilter geht und zu Teil 1 zu den Grundlagen und zur Einführung. Ich blende jetzt gleich nochmal einen kleinen roten Link ein, mitten im Video. Da klickt bitte drauf, wenn ihr mein Newsletter noch nicht habt und gelegentlich per E-Mail informiert werden wollt, wenn es Neuigkeiten bei Lebendiges Trinkwasser gibt. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und dann, bis zum nächsten Mal.